Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute gibt es endlich wieder ein Video. Ich weiß, es kam mega lange, keins mehr. Habt euch bestimmt auch schon gewundert, warum. Und zwar hatte ich nämlich irgendwie so Probleme mit dem Schneiden, z.B. mit dem PC, weil das Hochladen hat irgendwie nicht funktioniert. Beim Schneidegas auch andauernd Komplikationen, auf jeden Fall im Speicher und so. Aber jetzt müsste es alles funktionieren. Also ich hoffe es, das seht ihr jetzt, wenn das Video online kommt, was ich halt sehr hoffe. Aber ich kann jetzt auch nicht so viel drum herumreden, weil ich nicht abgeholt werde. Und genau, also sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt am Stall angekommen. Und ich reite heute übrigens Mia. Die habt ihr auf dem Video beim O-Ridt gesehen, wo ich das 10.000 Abonnenten-Special gemacht habe. Und die werde ich heute reiten. Ich werde sie euch auch noch ein bisschen zeigen, weil ihr kennt die ja noch nicht. Aber dafür werden sie jetzt erstmal holen. Oh, mein Schatz ist so dreckig. Mia! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal.